Mit einem Gefühl, ganz zart, ganz sanft, fängt es an. Und dann kommt der Schmerz. Als ob ein unsichtbarer Raubvogel die Klauen in meinen Schädel schlägt. Die Krallen graben sich ein. Kurz bevor sie meine Augen erreichen, lockern und lösen sie sich allmählich. Und dann erinnere ich mich. Mit einem Gefühl, ganz zart. Das ist ein Gefühl, ganz zart. Der Tod ist keine Tür, die schließt. Er ist eine, die öffnet. Sie öffnet sie und geht hindurch. Möchtest du wissen, wer mir Vater und Mutter ist? Möchtest du wissen, wer mein Gott ist? Und wie verrückt. Nichts anderes findest du, wenn du mein Inneres öffnest. Luzifer ist der, der in mir ist. 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 Sie öffnet sich und man geht hindurch. Möchtest du wissen, wer mir Vater und Mutter ist? Möchtest du wissen, wer mein Gott ist? Ich freue mich. Nichts anderes findest du, wenn du mein Inneres öffnest. Luzifer ist der, der in mir ist. 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 Luzifer ist der, in mir ist. Luzifer ist der, der in mir ist. Luz健싸 Der Tod ist keine Tür, die schließt, er ist eine, die öffnet. Sie öffnet sich und man geht hindurch. Untertitelung des ZDF, 2020